Hallo Paul. Sie sind ein vollkommen gesunder, vernünftiger Mann aus der Mittelschicht. Trotzdem haben Sie sich im letzten Monat mit einer Rasierklinge die Pulsadern aufgeschmissen. Haben Sie das gemacht, weil Sie ihn wirklich sterben wollten oder wollten Sie nur ein wenig Aufmerksamkeit erregen? Heute Nacht werden Sie es mir zeigen. Der Witz ist, wenn Sie sterben wollen, müssen Sie einfach nur bleiben, wo Sie jetzt sind. Wenn Sie aber leben wollen, müssen Sie sich erneut aufschlossen. Warten Sie sich durch den Sternwahn eines Wegs zum Kuspern. Machen Sie schnell. Um drei Uhr wird diese Karten Sie schließen. Dann wird dieser Raum hier klar werden. Wie viel Blut wollen Sie vergießen, um am Boden zu bleiben? Machen Sie. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018